Snowboarder, Gleitschirmflieger, Wanderer für alle ist da was dabei, also wirklich ganz ganz tolle Sportregion hier. Sport ist hier bei Roche meiner Meinung nach ein super Bindeglied. Man kennt sofort dann hier die Leute, man trifft die auf dem Flur und denkt, ah super den kenne ich doch schon vom Fußball. Es gibt alles mögliche, beispielsweise Crossfit habe ich davor überhaupt nicht gemacht. Dann habe ich da zwei Kolleginnen, mit denen ich zusammen hier angefangen habe, da mitgeschleppt und dann fand ich es erst ganz schrecklich, weil es so wahnsinnig anstrengend ist. Aber dann nach drei Wochen Muskelkater plötzlich hat man sich daran gewöhnt und es macht dann wirklich fit. Der Standort bietet einfach gerade von der Freizeitseite alles, was man haben möchte. In welche Richtung man fährt, kommt man ziemlich schnell in die Natur, kommt ein Mittelgebirge oder Hochgebirge wie die Alpen und kann sofort loslegen. Man kann auch je nach Windrichtung von überall mit dem Gleitschirm starten. Das ist genial. Das macht einfach süchtig. Also es ist einfach ein Sport, dieses Fliegen, das man als Mensch eigentlich nicht gewohnt hat, den Vögeln vorbehalten. Und das fasziniert einen unglaublich. Also wenn man das einmal gemacht hat, will man das immer wieder machen. Ich heiße Simon Lehle und mit Grenzach verbindet mich hier vor allem die riesige Auswahl an Outdoor-Sportmöglichkeiten. Ja bis jetzt! wir wollen 뜯en. Untertitelung des ZDF, 2020